Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus Eversbach. Wir fahren heute den Ebertrail bei besten Voraussetzungen. Die Sonne scheint, tolles Wetter heute. Gestern Abend hat es noch ein bisschen geregnet, somit ist der Trail auch nicht ganz staubtrocken und wird richtig Spaß machen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's und viel Spaß bei dem Video. Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.